Z und A, okay, so. Dann machen wir den Marsch mal anders. Und ein bisschen kahl hier machen, perfekt. Gefällt mir. So, das Ärmchen wieder hoch, halt vorwärts fahren. Okay. So. 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 Wollen wir uns nämlich jetzt mal... So. 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 Hä? Moment. Und B. Autsch. So. Uh oh. Keil. Hahaha. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Entschuldigung. Schön. Das ist ja richtig... Da hab ich keinen Bock mehr auf die mehr Papier. Ja, also spätestens. Du musst... Säg den... Leg den dir doch da vor. Ja. Zeig dir mal was. Wenn du wissen willst, wie die Länge dieses Hängers ist, von den Baumstämmen her, dann legst du den einfach jetzt mal so daneben. Machst du das Ende hier. So. Man kann es legen. Ein Stück weiter hinten raus. Hängen lassen. So. Dann schnappst du dir das Ding. Legs schon auf die Seite. Guckst, wie lang er ist. Auf her. Tüttel dü. Zack. Machst du schon wieder in die Hälfte und immer so weiter. Weiter heißen. Und die anderen, wenn du die mit dem Kran nicht zum Packen kriegst, dann nimm halt den starken Farmer. Dann ist es halt so. Also könnt beides benutzen. Sowohl als auch. Ja. So. Z mit lösen. Deswegen kann ich nämlich auch einen SUS verstehen, wenn man nämlich ein anderes Fahrzeug holen will. So. 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 Dreh den ganzen Spieß. Dreh den ganzen Spieß. So. 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 Das ist, was ein Mensch. So, was. Au. Jawoll. Mein lieber Peti, möchtest du mit in den Discord kommen? Frage Alles klar So Alles klar, mein lieber So, Freunde, wenn ihr gerne noch das euch gefällt, wir sind Anfänger, also wie gesagt Forstwirtschaft So, das können wir abschalten, die Karte brauchen wir jetzt nicht Du hast mich Gut Oh, Junge Das wird so nix Kannst du Das Hab ich gut falsch gemacht? Oof Oh, ich gut falsch gemacht? Yep Oh, fuck Hab's da doch Ich hab's da doch grad erklärt Wenn du Wenn du einen Wagen hast, der so aussieht Dann musst du alle Stämme Längs Längs hinlegen, ne? Der war auch längs Oh, fuck Das ist längs Ich Ich Bin noch Hab seit lange nicht mal Erlebt Landwurzel im Latte 25 gespielt Ähm, und wenn du so Spitze Teile, so Spitze hast Die Bäume Die Spitzen von den Bäumen, ja? Die schmeißt du alle hier Dahin Das ist genauso wie hier Das Stickelschitter Ein paar Eine Grenze Weil die schmeißen wir in den Schredder So Und das alles Kannst du auch von hinten so aufladen Die dicken Stämme ganz unten hin Dann musst du Dann musst du War das so richtig? Ja So Guckst du halt, dass er da zu lang hinten rausläuft Also das ist jetzt schon hier schon ein bisschen knapp Ähm Wie Ja, der hat sonst Der wird sonst völlig abhauen So Kannst du dann den Kran gleich zusammenfahren? Kann ich machen So Ich bin nur mit Maus und Taktatur Ich hab kein Wolfstück Das war jetzt gerade mein Fehler So So Geht doch ein Stamm Auf dem muss er noch Pfeilen kriegen Nein, warte mal Ich will erst die Wurter rum Schon rumliegen So Ja, Vorsicht Nein, dass der wieder alles durch die Gegend rum schmeißt Letztes Mal Die Bäume holen wir Beim Kran Da habe ich doch einen dafür extra Oh, dann hol ich Kran Klappe zu Nach rechts Ach, du bringst das Du bringst das jetzt weg Ich leg dir erst mal hier hin Bin denn mal weg Geh zu meiner Mutter Da komme später wieder rein Alles klar Äh, nee Ähm Geh mal in den Wartenbereich Äh Lass den jetzt mal liegen Ach, genau das meinte ich, Junge Äh, ich bin Ich wollte ja zu dir bringen Aber jetzt habe ich hier Chaos veranstaltet Ja, sowas Jetzt hast du den ganzen Salat wieder Ah, Mann Okay Wenn du sagst, lass den Stamm Liege Lassen Liege Da treffen wir schon einige Weil so macht es überhaupt Auf jeden Fall Kennt Spaß Ja Äh, ja Moin Schön, dass darf ich PD Moin Hörst du mich? Jawoll Okay Okay Ah, ja Können wir das Anleise machen, sonst wäre ich nicht Okay Ja, jup Jup Den Bauern habe ich Abgehörholz Oh Gott, oh Gott So war laut Ähm Hättest du vielleicht Samstag kurz Zeit? Zeit Moment Ich muss erst mal meinen LS Laser machen Keiner Das verstehe ich irgendwie gar nichts So So Alles klar Hallo Jawohl Ja, ne Wieso höre ich mich denn doppelt? Doppelt Dürftest du es eigentlich nett sein? Also bei mir ist Ähm Nächst im Chat Da hörst du dich noch einmal Hast du vielleicht Ich hab hier im Hintergrund auch den Auch das Spiel so laut Wieso das denn? Ja, das ist Tony Da musst du Tony leiser machen Der hat dann hat man nämlich doppelt Der hat seinen Hintergrund Daher höre ich das doppelt alles Genau Genau Deswegen So Halt Die Genau Das habe ich nämlich vergessen noch einzustellen Also Ähm Gang hoch Gang runter Äh Gruppe hoch schalten Gruppe runter schalten Wir haben uns mal gedacht Peti wir werden hier alles Hier vorne auf der Wiese Alles ähm Klein machen Du darfst den Baum nicht fällen Achso, Entschuldigung Das habe ich aber vergessen Wie wäre es, wenn ich dir mal mal Rechte geben würde So Ist hier der Holzförderbruch zum Abmüssen? Ist hier überhaupt immer noch ein Hof drin? Äh, ja Also Wir haben Ja, genau da wo du stehst Da wollten wir quasi den Trailer hier Warte mal kurz Ich fahre mal gerade den richtig hin Weißt du, ist schräg hier hinstellen Alles hier in die Reihe Dass wir quasi alles Ähm An der Stelle zersägen Weil dann kann man nämlich auch Mit jedem Das ist ein Fahrzeug Wenn der Kran auf der rechten Seite ist Kannst du hier abladen Und dann kann ich quasi hier mit dem Kran von links Oder von rechts quasi Äh, alles rein Auf den Trailer quasi laden Die kleinen Stücke hier Die, die, die Baumkronen da Wie man so nennt Ähm Die schmeißen wir alle Auf dem Haufen Cool wäre Cool wäre der Holz Cool wäre der Holzfäller-Mod Ähm Oder sowas Weißt du, da kannst du hier nämlich abmessen Wie lange du fahren willst Der Holzfäller-Mod Let's me see Ja, der hat auch super Superstärke Aber Äh Du kannst ja Da kannst du mir jetzt abmessen Wie lange du die Stämme haben willst Weißt du Aber ist egal Nicht so wichtig Ach, das geht dann Ich muss mir erst mal Ich kenne zwar hier alles Aber Ist das ein Skript? Ja, ja Ist das Skript Hallo Und damit herzlich willkommen So Ich kenne hier auch Wir schauen uns jetzt das Holzfäller-Mod Alter, das schallt Ohne Ende Ja, so wie gesagt Ähm Toni, dann mach lieber Das Mick aus Und schreib lieber uns Dann direkt Mit 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 Toni Du kannst Auch Push-to-Talk Machen Oder so Äh Mein Livestream Habe ich mich auch gemacht Verdoppelt Weil Kreis Kein Livestream Von mir Ich habe auch Kein Livestream Drinnen Ich habe ihr Hört Das muss doch Über das Mikro Gehen Ähm Hast du ihn Vielleicht hier Weil ich habe Ich habe den hier Bei der Lautstärke Habe ich ihn im Spiel Stumm geschaltet Weil Weil ich ja hier Im Discord habe Vielleicht hörst du ihn Deswegen doppelt Kann nämlich auch sein Achso So Hier ist noch Ein Stück Nein Die Frage ist Ja Wir hören dich halt Im Hintergrund Ich höre mich doppelt Ja Jetzt aber Nehmen wir oder Doch Kleines bisschen noch Ja Weil ich habe es Nämlich auch Auf der Aufnahme Wie gesagt Das ist halt Das was ich halt Ja Ist ja nicht so schlimm Gut So Ich bringe dann einfach mal Äh Die erste Ladung weg Aber auf jeden Fall Schaut mal Das Ja Aber Wenn sie ihr Wenn ihr das mit Den Fahrzeugen Hier hinbringt Da wo der Dreck Als quasi steht Ja Äh Da alles hinfallen Könnt Dann habt ihr genug Rangiermöglichkeiten Ich kann es dann In Ruhe zersägen So Und wir Wir bringen das jetzt mal In Richtung Wie heißt da Äh So Haarstellung Zu halten Äh Zu halten Den Holzfäller Was ist denn das jetzt Weil die ganzen Spitzen Die wir hier haben Die äh Toni Lass die Superstärke Lass das mal in Ruhe Klickt Ähm Nicht anklicken Äh Ich wollte nur Ein Bauer mit Zersägen Ja Aber deswegen Deswegen Äh Ist dafür Ist dafür Der Kran Dafür gedacht Ja Dass man den Richtig positionieren kann Dafür hat man Haben wir einen Platz An Ort und Stelle Dann können wir Da hinlegen Nein Kann ich den nicht Zersägen Leider Naja Der war ein Fremd Der war Fremd So wrong Genau Und wie gesagt Den Heben wir dann mit dem Kran Dann war einer Auf dem anderen Platz Hauptsache Wir können den dann Ähm Zersägen So Was haben wir denn Bei dir noch drin Aha Zack 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 Nein X100% 20% Bremskraft Ist ok So Und jetzt fahre ich Das ganze erstmal In Richtung Also Sägewerk Weil denn Was ist einer Der Zetter Denn Wo wir nämlich Hier haben Das war nämlich Einer von den Gebraucht Ist das schon Zersicht hier Ja Glaub Was Wir werden es mal leben Wieso macht ihr denn so Kleiner Dinger eigentlich Versichert Ja Ich hab die Säte weg Der war Hab ich gerade Geh Soll ich den Stamm woanders hinlegen Ich höre mal Ein Maschine Ich hab mal den Holzfarmamod Da mal aufgeschrieben Dann nehmen wir Das war eigentlich sehr preiswert Naja weil da kannst du Ich sag mal Das aktiviert die Superstärke Beim Easy Dev Control Ok Und dann musst du halt mit Alt Oder sowas Oder der hat eine gewisse Größe Kannst du alles einstellen Ja Aber das ist Ich glaub den hab ich dann Von Pavel schon mal bekommen Den Mod Ähm Ja ja Kann auch nicht sein Aber das ist jetzt Für diese Sachen Weil da kannst du nämlich Auf Meter Kannst du das nämlich Dann Okay Dann kannst du sagen Okay ich hab jetzt die kleinen Dinger Dann mach ich jetzt 5 Meter Oder sowas Und dann Ich brauch jetzt gar kein Kran Wenn ich hier an so einem Gerät Kran dran habe Aber egal So Versuchen wir mal mit dem Kran Halt Ich muss wieder wechseln So Wir brauchen hier keine 2 Meter Stücke schneiden Wenn wir hier so ein Alter Wieso sie denn Ne also Im besten Willen Ich brauch halt keine 2 Meter Stücke machen Hier Sind ja halt nur 2 Meter Stücken Okay Ja und wie gesagt Ich kenn mich Die Forst ist für mich wieder was Neues Das kenn ich mich überhaupt gar nicht aus Ja aber Da brauchst du ja kein Kran für Dann kann ich jetzt gleich Auf eine Mulde aufladen Hier Wie soll ich denn Wie soll ich denn Das können wir gar nicht mehr So Da ist schon unser Holzfäller Zuschauer Und da fängt es schon an Zum Abladen Ja Halt Ich fände es halt schon cool Haben wir schon was Gutes Naja mit 2 Meter Stücken So Bei der Produktionsstätte habe ich jetzt noch nichts aktiviert Genau Erstmal Holz rein und dann nach und nach Das hier ist ein Screamet-Anstieg So Ich komme dann wieder zurück So Okay Erstmal wechseln Trecker putzen auf einfache Art Oder was wird das P Bestimmt Aber nicht Aber nicht hier Du siehst ja ungefähr wie lange das Fahrzeug ist Ne Aber Kindes nicht Nicht Kindes wie Meter Stücken oder sowas Ne Ja Weiß ich Sondern du siehst ja ungefähr wie lange das Fahrzeug ist Ungefähr Alter Habe ich jetzt gut geschnitten Peti Ne Die kann ruhig länger sein Perfekt Guck mal wenn ich die hoch mache jetzt hier Ich fahre mit 730 Wie groß die sind Ne Du siehst ja wie groß die auf dem Anhänger sind So 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 Darf ich sagen mit der Aufnahme können wir dann den nächsten Dann nochmal Wollen wir grad mal Aufnahme stoppt dann dürft ihr grad einmal sagen bis zum nächsten Mal So Jewe cot稱 sucking mal Na genau J identified So So Sondern So Und 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 Und